Hallo, Nabend! Noch was Neues von den Überlebensmedaillen. Ich bin Stufe Episch 7, schaffe es mit drei Eliminierungen unter die letzten 14 Spielern zu kommen, mindestens. Ja, ich lande hier beim Bahnhof und da ist es auch schon ziemlich chaotisch. Viele Spieler landen hier. Der Estate Bahnhof, da sind ja auch die Wachen, jetzt die ganz neuen Wachen, die Krieger, die Olympischen. Die habe ich auch schon mal scharf gemacht, indem ich da durchgerannt bin. War vielleicht nicht so klug, aber hier haben wir noch einen Klügeren, der, anstatt dass er die Tür nimmt, versucht er irgendwie halbherzig die Wand kaputt zu machen, um an die Truhe ranzukommen, die ich gerade aufgemacht habe. Ja, und hier werde ich schon beschossen von oben, von unten, von überall. Zug kommt gerade rein mit Spieler drin. Der hat mich auch nochmal beschossen. Jetzt nehmen die sich den aber vor hier. Die hauen dir in den Zug, ist auch witzig, ne? Ja, ich muss mich jetzt mal wieder heilen, den Schild aufbauen mindestens. Ich habe nicht viel dabei. Bin ja auch gerade erst gelandet. Und muss noch zwei weitere Eliminierungen machen. Da kommt schon ein potenzieller Kandidat, Bushranger, kommt angejumpt. Ja, ich mit der halben Gesundheit, halbe Schilde, noch nicht mal. Ganz schön riskant hier. So, jetzt habe ich den zweiten im Kasten. Jetzt trenne ich gerade mal da rum. Und da wird mir Cerberus Schweif angeschossen. Na, warte. Wer war das? Das wirst du büßen. Da unten. Das hast du nicht umsonst gemacht. Lass mal nochmal kurz stärken. Und auf in den Kampf. Malz Morales. Raus mit dir. Und jetzt ganz kurios. Einer sitzt bei mir mitten im Wagen und hat einen NPC angeheuert. Ein zweiter versucht, oben den Wagen anzugreifen. Platt ist er. Hat mir gereicht. Ja, und jetzt werde ich natürlich von dem, der im Wagen war, angegriffen. Dummerweise steigt der jetzt auch wieder ein. Mit seinen NPC. Mann. Die werde ich nicht los. Jetzt steigen sie aus. Beschmeißen mich nochmal mit Haftgranaten. Der Wagen ist völlig ruiniert. Ich brauche was Neues. Es sind auch nur noch drei Spieler mittlerweile. Und die Überlebensmedaille ist ja auch schon aufgewertet. Das waren ja unter die letzten 14. Hab ich. Ja, Schüsse. Die duellieren sich. Bang. Und damit sind wir nur noch zu zweit im Spiel. Jetzt will ich den schnell finden. Die Schüsse kamen von da hinten irgendwo. Da ist ja schon Sturmfront. Und Auto geht auch noch unter. Aber macht nichts. Ist eh langsam. Bin ich mit meinem Unterwelt-Dash ja viel, viel schneller. Das ist wirklich eine feine Sache. Habt ihr toll gemacht. Epic. Super Idee. Unterhalter sich. Okay. Komm her. Jetzt geht's los. Tanz-Terrorist. Tanz! So, noch ein Gitarrenschwung, um den Sieg zu feiern. Und die fünf Eliminierungen. Ich bin jetzt von der Stufe 7 auf die Stufe 6. Mit fünf Eliminierungen. Ich hätte bloß drei gebraucht. Ja, schönen Abend. Hängt an die Wartungsarbeiten. Morgen gibt's Neues. Ciao! Ciao!